Hallo Leute und willkommen zu dem Spiel The Joy of Creation, einem, ja, Fanmate von Five Nights at Freddy's, ich würde es nicht Fanmate nennen, weil es ist etwas Besonderes, es ist, ich habe nur mal kurz immer teilweise reingeschaut und es schaut einfach komplett anders aus und wir können, äh, ich sehe meine Maus hier nicht, ah jetzt halt, ähm, wir können auswählen, mit wem wir spielen, ich weiß nicht warum, ich habe das nur gerade entdeckt, schauen alle nicht so sonderlich freundlich aus, oder? Ich würde Fox, äh, ich nehme Foxy, würde ich fast behaupten, ich weiß nicht, Foxy mag ich von den Charakteren am meisten, Story Mode, ich kann nicht, ah doch, ah, ich habe es ausgewählt, deswegen, okay, Tick, Ignite, Foxy Okay, ich habe es auch mega laut eingestellt, ist mir gerade aufgefallen, ne? Okay, Ton wird aufgenommen, ich dachte schon, Objekte left, okay, wir müssen Wow, 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 Moment, Moment Können wir rennen? Okay, wir können rennen, haben wir eine Lampe? Ja, haben wir Scheiße, oh, oh, what the fuck? Oh, 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 oh Was muss ich suchen? Lampen? Oh Gott. Oh Gott. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ohne Witz. Ah, du Scheiße. Irgendwie reagiert die nicht so nett auf Lampen, habe ich das Gefühl. Also, okay. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich muss irgendwas finden. So Slender-Style-mäßig. Muss ich die Lampen... Ah, Moment, ich muss heute vielleicht von den Lampen weggehen. Kann das sein? Die wird so aggressiv, wenn die auf Lampen trifft. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist was? Wie? Wie? Gibt es irgendeinen Trick? Was soll ich überhaupt suchen? Irgendwelche Briefe wie ein... Slenderman? Was soll ich suchen? Was soll ich suchen? Sag es mir doch bitte. Warum tust du mir das? Eine scheiße Britte! Oh, oh. Aha. Aha. Ich habe was aufgenommen. Aha. Aha. Mir fehlen... Also die Sachen, die leuchten, muss ich aufnehmen. Nein! Und ich dachte schon, Five Nights at Freddy's fuckt mich ab, aber... Okay. Vor allem, ich schneidze halt noch einfach nicht. Aber gut, das ist bei jedem Five Nights at Freddy's... Hey, aber warum? So. Okay, das ist nichts zum Aufheben. Das ist nichts zum Aufheben! Hä? Ich schneidze halt einfach nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, es ist irgendwas mit Licht. Weil Licht ist immer irgendwas Böses. Ich habe immer noch keinen Plan. Ich gehe irgendwie vom Licht aus, aber... Okay, das... Ah, da ist, glaube ich, etwas auf dem Stuhl gewesen. Das Licht! Weg vom Licht! Hier? Was ist das? Warum? Warum? Ich war doch weg! Sag mal, kann der nicht riechen, oder was ist mit dem los? Aber ich würde sagen... Das war eine kurze, knappe... Knackige Folge. Und wir spielen das Spiel einfach noch ein weiteres Mal. Also bis bald, Leute! Und in dieser Zeit versuche ich herauszufinden, wie man dieses Spiel irgendwie löst. Weil es muss ja irgendeinen logischen Grund geben, was man in diesem Spiel lösen kann. Man muss es ja sammeln. Und gleichzeitig irgendwie ausweichen. Und ich habe keine Ahnung wie, weil der ist immer schneller. Und bestimmt gibt es irgendwas, und ich fall einfach... Mir fällt es einfach nicht ein. Und was ist mit meinen Haaren los? Wäre immer schlimmer. Jedenfalls, Leute, würde ich sagen, das war es mit diesem Part. Wir sehen uns ein andermal wieder. Also bis bald, Leute, und... Tschüss! Und eine schöne Nacht!